Bhagna-Patrasana ist die Stellung des zerbrochenen Bechers. Patra ist Trinkgefäß und Schale und Bhagna heißt zerbrochen. Von der, vom langen Sitz ausgehend, gibt die Beine etwas auseinander, die Fußsohlen zusammen, die Knie auseinander und dann senke den Kopf so, dass der Kopf auf die Füße kommt. Du musst eben die Füße entsprechend weit nach vorne geben. Noch eine fortgeschrittenere Variation ist, du gibst die Füße etwas auseinander und gibst den Kopf zwischen die Füße auf den Boden. Von oben betrachtet ist auch wie ein Viereck, das wird auch manchmal als Tarasana bezeichnet, als Sternenstellung oder auch als Vierecksstellung. Bhagna-Patrasana ist eine Übung, um die Hüftflexibilität zu entwickeln. Sie entwickelt die Rotationsflexibilität, die Abduktionsflexibilität, ohne dabei die Knie zu belasten. Eine gute Vorübung, um in fortgeschrittene Lotus-Variationen zu kommen. Das ist eine gute Vorübung, um in fortgeschrittene und um in fortgeschrittene eine gute Vorübung. Okay, das ist ein Knie-Aussehen. Vielen Dank.